Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Bernd-Weck-Löckner-Audiobotschaft, einer in diesem Fall weiteren Bernd-Weck-Löckner-Videobotschaft. Ihr seht einmal mehr, ich liege hier im Garten unseres Hauses in Berlin und ich spreche heute zu euch über drei wichtige Worte. Und auf diese drei wichtigen Worte kam ich in der letzten Woche im Zusammenhang mit einem Seminar, wo mir ein Teilnehmer eine Frage stellte. Zuvor ein Hinweis. Weitere Informationen zu mir, zu meiner Arbeit, findest du unter www.bernd-weck-löckner.com. Jeden Tag gibt es eine neue Bernd-Weck-Löckner-Botschaft, ebenfalls im BWK-Blog unter www.bernd-weck-löckner.com. Diese Aufnahmen sind keine, ich betone, es sind keine professionellen Aufnahmen. Es sind Aufnahmen, die spontan unterwegs, auf meinen Reisen, zu Hause oder an verschiedenen anderen Orten entstehen. Und jetzt zu der heutigen Botschaft und zu diesen drei entscheidenden Worten. Und diese drei entscheidenden Worte sind ein wichtiger Kerngedanke aus allen Bernd-Weck-Löckner-Seminaren, Trainings und Vorträgen. Der Unterschied, so sagte ich es dem Teilnehmer, der mich Folgendes fragte, zunächst die Frage. Der Teilnehmer sagte, beziehungsweise fragte, Bernd, was ist der Unterschied zwischen dir und mir? Was ist der Unterschied zwischen dir und uns? Wir machen das Gleiche wie du, wir tun das Gleiche wie du, wir sprechen über die gleichen Dinge und dennoch scheinst du noch erfolgreicher zu sein. Und ich musste lachen, als er das fragte und ich sage euch den Unterschied. Und ich sagte ihm den Unterschied und das waren diese drei Worte. Und diese drei Worte lauten, straffe die Disziplin. Ich wiederhole, straffe die Disziplin. Ein guter Freund von mir, Uwe Dassler, sagte mir vor langer Zeit einen Satz, Disziplin bringt Erfolg, Erfolg zerstört Disziplin. Ich wiederhole, Disziplin bringt Erfolg, Erfolg zerstört Disziplin. Ihr alle, du kennst, ihr alle und du, ihr kennt die Situation. Du bist erfolgreich, weil du eine gewisse Zeit lang sehr diszipliniert gearbeitet hast. Dann hast du Erfolg und schon lässt die Disziplin wieder nach. Und ich sage dir, mach es anders. Sorge dafür, dass du immer und immer wieder deine Disziplin straffst. Immer und immer wieder. Der Unterschied zwischen den dauerhaft erfolgreichen, zwischen den dauerhaften Gewinnern und den dauerhaft wenig erfolgreichen und den dauerhaften Verlierern sind in der Tat diese drei Worte straffe die Disziplin. Ich schreibe darüber auch in einer Bernd-Weg-Klöckner-Botschaft im BWK-Blog. Und du kannst diese nachlesen unter www.bernd-weg-klöckner.com und dort bitte auf BWK-Blog klicken. Ich weiß, das Ganze klingt stets sehr einfach. Und ich sage euch daher noch einen Satz aus der letzten Woche. Viele denken oder sagen dann so Dinge wie, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Und ich sage dir, weil es so einfach ist, diese Dinge umzusetzen, ist es auch so einfach, diese Dinge nicht umzusetzen. Und von daher ein letztes Mal, die Botschaft, der Bernd-Weg-Klöckner-Kerngedanke als Voraussetzung für den Zustand persönlichen, beruflichen und finanziellen Erfolges lautet, straffe die Disziplin. Straffe deine Disziplin. Höre diese Botschaft, setze dich hin und schreibe auf, wo du deine Disziplin straffen kannst. Und ich sage dir, wenn du einige Zeit lang wieder deine Disziplin gestrafft hast, dann wirst du deine Erfolge steigern. Du wirst eine steigende Statistik haben. Die drei Worte, ich wiederhole sie, steigere, straffe die Disziplin. Straffe deine Disziplin. Das ist alles. Viel Erfolg, vielen Dank. Das war eine weitere Bernd-Weg-Klöckner-Videobotschaft. Und ich freue mich, wenn du vielen Freunden, Bekannten und Kollegen von diesen Bernd-Weg-Klöckner-Videobotschaften wie auch von den Bernd-Weg-Klöckner-Botschaften im BWK-Blog unter www.berndweg-klöckner.com weitererzählst. Viel Erfolg, vielen Dank. Ihr, euer Bernd B. Klöckner.